Nächster Halb, Einhausen, Aufstieg in Fahrtrichtung Dünnig ist Obersthausen. Ausstieg in Fahrtrichtung Dünnig ist Obersthausen. Nimmst du mal? Nein. Mach aus. Hast du es aus? Noch nicht. Jetzt hat er die Dätschern noch abgewürgt. Das trinkt sich hier wirklich gut. Gar nicht. Ethic-Fan. Näh. Wenn ich mit der Qualität aufnimmst, kann ich eh niemand was erkennen. Ja. Ja.